Musik 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 Man muss zum Mittragschen. Wir begrüßen aus Berlin die Eisspringer. Euer Applaus. Applaus haben aus Oberwiesner. Der Micha. Bei drei Meter Schnee sollte früh um zwei Uhr losgefahren. Und hier in Gershaw. Ostern am Ende die Wasserplumpser. Eure Einmarsch. Hier in der Schraensee-Arena. Auch wieder eine riesen Truppe. Und es wird langsam eng und kuschelig da unten. Gerhard, du wirst noch nicht runtergeschubt. Nein, aber das ist schon sehr angenehm. Kuschelig unten. Sieht doch fast durch. Fast. Oh, das ist ja... Also ich glaube, es sagt alles, wenn man den Berliner sieht aus Berlin. Berlin muss natürlich... Eis. Eis. So Ralf, passen Sie. Stimmen aus die Gang oder wie? Bord. Und Wunder. Und dann kommt dieser Pinguinboni aus Bayern. Und Fisch hat auch... Wenn Fundação macht. Und weiß es nicht. Ich glaube, es geht aus. Böde. Fuss, Böde. Puste. Und dann können Sie auch an. Das muss auch noch nicht auf Wasser rein. Ich muss noch nicht auf Wasser rein. Das muss aber nicht gehen, leider. Wir werden. So, wir sind jetzt nicht zwei, vier, sechs, acht, fünf, sechs, 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 sechs. Dieser Spieler geht im Büro aus Potsdam. Danke schön. Hör mal rein! Hör mal rein! Hör mal rein! Wir brauchen ein bisschen Eis am Riss. Hier haben sie gestreut. Das wirkt mal, das wirkt mal! Vielleicht kurze Information an die Eisbälle, da unten gibt es auch, in der Saal zu trinken, die D-E-A-G. Das ist Müllwein, ja? Das ist Müllwein. Tee! Ja, kein Müllwein. Also, da war Tee. So lustig, ja? Saal! Hallo, gleich! So, die Biele für die Eisbühne. Wir haben jetzt noch den Resten und die Bahnen-Eisbühne. Guck mal, da reicht mal. Aber lass den Bier! Das ist ein bisschen hinterher. Oh, die Kameraden zwischen den Ähnlichem aus Ludwigsbäle. Doch, das macht man. Guck mal, die haben sie ab. So, wer ist da? Guck mal, die Rollung! Ja! Na da sind wir! Weiter, weiter! So, wie immer! Ja, da sind wir! Das sind doch die Momente, wo deine Freunde gehen nur los. Das ist doch so. Ja, ja. Joh! Wir sehen hier an der Autosch, den Rest noch alleine. Vielen Dank.